Mein Name ist Erdrich Gildi, ich bin Geschäftsführer von der CIO Solutions. Die CIO Solutions ist ein IT-Security-Dienstleister aus Berlin mit bundesweiten Projekten. Wir haben bundesweit mehr als 100 Kunden, die auf die CIO Solutions setzen, darunter auch einige namhafte DAX-Unternehmen. Im Bereich ECM bieten wir Leistungen von der Erstberatung bis hin zur kompletten Projektumsetzung sowie Entwicklungsleistungen im Java-Umfeld mit unseren Spezialisten. Die Partnerschaft mit SAPERION ist für uns ein Bereich, wo wir die Themen DMS und IT-Security verbinden möchten. Unser Anspruch ist es, ECM und Security stärker in Einklang zu bringen und dafür haben wir mit SAPERION einen Partner gefunden, der das mit großem Interesse begegnet ist und eine ausgereifte Lösung anbietet. Konkrete Überlegungen, wie man die Unternehmensbereiche DMS und IT-Security, die wir im Portfolio haben, mit SAPERION zu kombinieren, ist die Übernahme der großen Daten vom File-Server ins DMS-System bis hin zur Produktentwicklung einer Add-on-Lösung für die neueste SAPERION-Version. Auch bei diesen Themen wird unser Anspruch sein, dass die IT-Sicherheit immer oberste Priorität hat.